Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog und wie ihr schon sehen könnt, wird es heute auch um das Thema Vlog gehen und zwar nehme ich an der Initiative Hashtag Vlogtober teil. Was das Ganze ist, das werden wir jetzt gleich kurz erläutern und ja, kurz zu meinem Urlaub. Ihr habt sicherlich gesehen, ein, zwei Vlogs sind gekommen, ich habe noch ein bisschen Material, mal gucken, ob ich vielleicht noch so ein Special Vlog schneide. Weiß ich aber noch nicht, muss ich gucken, wie ich Lust habe. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt oder nicht und dann, ja. Genau, was ist Vlogtober? Vlogtober ist eine kleine Initiative, die mehr oder minder in der Creator Community entstanden ist. Ja, was ist die Creator Community? Das ist so eine Art Facebook für YouTuber, wenn man so möchte, nur, sagen wir Forum. Forum ist vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt. Ähm, Fakt ist, ja, wir haben uns vorgenommen, 31 Tage, 31 Videos, äh, zu erstellen und zwar mit mehreren Leuten. Ähm, da muss auch nicht jeder 31 Videos machen, das ist halt mein persönliches Ziel, 31 Tage, 31 Videos, ähm, weil es darum ging, so, ja, tägliches Vloggen, ähm, ist das wirklich cool oder ist das dann irgendwann nur noch so belangloser Mist? Und, äh, ich vermute, es wird relativ schnell relativ belangloser Mist werden, von daher, seid mir nicht böse, wenn das so ein bisschen, meh, wird. Vor allem, weil ich, äh, noch nicht so viel Erfahrung mit Vlogs hab, also ich mein, äh, die paar, die ich jetzt bis jetzt gemacht habe, okay, ja, 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 kann man machen. Ähm, Fakt ist, äh, da sind unter anderem Leute dabei, wie zum Beispiel der Andreas von Alltagsabenteuer, der, äh, Thorsten Fischer von Fischer Rocktis, der Dominik von, äh, Deragorn. Ähm, dann, äh, der, äh, Schein-12-Graffiti ist dabei, den werde ich auch besuchen, der Micha von Pirate Racing ist dabei, ähm, für den mache ich ja ab und zu Untertitel und den gehe ich jetzt mal besuchen in seiner Werkstatt, etc. Ähm, natürlich ist Halloween ein großes Thema im Oktober, da werden wir dann auch noch ein bisschen was zu machen, ähm, ja, und, äh, alles in allem, denke ich, wird das eine ziemlich coole Sache, also ihr könnt mir ja mal gerne eure Kommentare dazu unten in die Kommentare schreiben, das ist... Ihr, ihr merkt schon, das ist noch etwas merkwürdig für mich. Naja, ähm, sei es drum, ja, das ist so im Prinzip das, worüber ich mit euch sprechen wollte, und, ähm, da wird es natürlich am 1. Oktober mit losgehen, die anderen Kanäle habe ich unten mal irgendwo verlinkt, bestimmt, oder so. Und, äh, ja, ich würde dann einfach mal sagen, sehen wir uns spätestens entweder in einem der Streams oder am 1. Oktober wieder. Und, ja, ich würde sagen, macht's gut, bis dahin, haut rein, tschüss.